Ich hab meinen Link-Code richtig gefühlt, hier steht schon wieder im Block. Warte mal, wir können ja Block up und... Ja, ich hab den Block mal weggemacht. Komm gleich. Das ist sehr ermüdend. Ja, das ist auch extra zum Nerven. Das nervt mir überhaupt nicht. So Leute, kurze Ankündigung zu dem Rätsel. Es ist viermal genau das gleiche. Einfach, weil wenn alle in einem rummachen würden, wird es einfach zu lang dauern und zu unkoordiniert. Das heißt, teilt euch auf die vier Räume auf. Und wenn es bei einem aufgeht, dann geht einfach zu den anderen. Der Sinn von dem Rätsel ist quasi, ihr seht ja unten da diese drei... Was sind das, Diamantblöcke oder so? Und da man ist quasi bei einem der Blöcke... Ah ja. Ihr kommt quasi bei einem Knopf, wird was gespawnt, dass das nach unten kommt. Und dann müsst ihr mit Hilfe des Wassers, also mit Hilfe der Pistons, das Wasser freigeben, um das zum Loch zu leiten. Ach ne, wirklich. Die Werte, die Werte, die Werte einsetzt. Das ist doch ne wichtig, einfaches Rätsel. Leute, ich komm gleich. Dann mach mal. Leute, wo muss ich hin? Wo ist denn das Ding hin? Ich hab dich gespaw... Äh, warte. Der ist ja nicht hier unten. Äh... Moment. Der Architekt hat verprügelt. Lebst du noch? Wir müssen zuerst das Ding spawnen. Das ist jetzt ein bisschen blöd gelaufen. Weste, geh hier runter und mach deinem Rätsel mit. Ähm... Nein, 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 das ist der Knopf zum spawnen. Moment, das... Das muss dann... Hä? Nicht der spawnen Knopf. Ich peits grad irgendwie nicht. Es beginnt hier hinten. Es beginnt hier hinten. Es beginnt hier hinten. Und quasi mithilfe des Wassers, dann kann ich das nicht. Da könnt ihr das Ding weiterschubsen. Ein bisschen zum Loch. Wir haben vier Räume zur Verfügung. Richtig. Ihr könnt euch auf vier Räume auftragen. Wenn es einer aufkriegt, ruft er hier und dann gehen alle zu ihm. Und als Tipp, wenn ihr einen Pisten benutzt habt, dann macht das Wasser wieder zu, damit es euch nicht irritiert. Okay, wir lassen es erst mal laufen. Also hier muss das Zeug... Weil es kann sein, dass dadurch eventuell eine Fehlströmung entsteht. Also... Super. Deswegen bitte immer nur ein Pisten gleichzeitig, weil sonst kann es sein, dass es im Endeffekt nicht aufgeht. Na, wir brauchen auch zwei. Also, wie ihr sehen könnt, sind es mehr Pisten, als ihr braucht. Äh, jetzt der? Jaja. Und... Wir sind jetzt zu zweit alleine. Ja, Moment, erst mal ausmachen. Ausmachen. Weit alleine. Auch gut. Wieso wird das nicht zählen, das Spuren in die Ecke? Oh, Mann, 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 Mann. Ja, ich muss hier besser sehen. Wir müssen mal ein bisschen weiter fließen. Da müssen wir hier in die Richtung. Jetzt lass mal kurz aufmachen. Jetzt mach's wieder zu. Ja, äh, echt war das? Ja. Das wird schon wieder in Irgendwann, ich glaube, ich muss das anders machen. Warte, ich will, da liegt das bisschen hinter und dann müssen wir den hier aktivieren. Mach's da zu? Dann schau ich mal bei den einen mal. Der hier, oder? Mach's jetzt, ich muss. du machen okay und der hier mal schauen wie ihr euch so anstellt ja warte lass weiterlaufen hier sieht es doch schon richtig gut aus ja sagen wir den hier weil es noch zu viel zu dazu naja warte 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 das ist schon mal ein guter weg würde ich sagen jetzt er muss zu erst mal ich wieder aufmache wir haben es passt ihr habt schon das ging aber schnell wo seid ihr welcher von den blöcken wir sind ganz hinten wir sind hinter der treppe ach da hinten okay das kann man eigentlich auch betrügen kann ganz leicht wieso aufmachen und stick reinwerfen ja das sollte er nicht machen weil ich gehe davon aus dass jeder bisschen ehre besitzt und so was aber nicht schlecht los deswegen ich setze mal ein sandblock über da wo es gelöst wurde über der über über den raum ihr könnt auch selber weiter probieren oder ihr geht einfach mit den anderen mit hier ist ein labyrinth ja aber wenn wir jetzt nicht mitmachen dann machen die doch das nächste rätsel wieder das ist ja das problem jetzt wenn sie entscheiden ob sie mitwollen warte mal guck mal hier ist der gleiche Code nochmal hier ist der gleiche Code nochmal hallo ja es sind ja verschiedene warte warte ich hab äh schlagschenken ich hab ne idee den jetzt der dürfte dann zurückfahren na warte ah dann mit dem hier der hier der hier am ende geht es raum und steht ein eigener Code ist immer der gleiche genau der zählt nur einmal oh ist das fies der müsste dann halt den richtigen ausgang führen das dauert ein bisschen äh hier ist ne meinte abdrecken ach Gott jetzt darf man jetzt mal laufen wir haben natürlich den raum genommen der am längsten war um um zu kommen ja richtig das licht am ende des tunnels da so und jetzt ist der erste schon beim da wo das erste rätsel eigentlich ja und jetzt können wir mit dem nach da an der hat sich verbaut okay es sieht gut aus wir kommen voran ja wir kommen gut voran Dreck das ist schmutzig ne der ist hier jetzt jetzt mit dem hier jetzt mit dem hier oder hast du das reicht ran warte ich weiß nicht wenn ich zehnmal mach einfach wir sind es reicht easy was er hat nicht gereicht er hat den hier der hinter dir da war jetzt ich bekomme aber der Bruch nicht oder nur der äh Ja, sagst du die anderen jetzt alle bei einem Rätsel? Ja, warum steht hier noch ein Minecraft? Kleine Frage, seid ihr jetzt eigentlich alle weiter oder so? Ja, ja, es wurde gelöst. Also ich hab gerade Tipp, wir laufen gerade im Kreis, ne? Naja, ist richtig. Ja, toll. So, jetzt mal. Komm, dann laufen wir schon mal weiter. Ich fahr mit runter, das ist eine spannende Minecraft-Fahrt. Dass sie richtig ist oder eben nicht. Die Höllenmatrix und die Stütze jagt. Oh, einen! Ja? Ja, ja. Ah, ne, hier sehen wir doch. Wie hieß das erste Rätsel? Ich weiß nicht. Das ist einfach nur zum Spaß. Ihr müsst schon von der Bahn weggehen, ne? Ja, ihr dürft mir nicht im Wege stehen, wenn ich hier losfahre. Nice. Ha, die hab ich eben noch gesehen, die Bahn. Ne, ne, ne. Ich mach erstmal mit dem Windmobilier. Ah, ich hab keinen Wunsch zu fahren. De Nüß. Tschüss. Wie heißt das erste Rätsel? Na mit dem Bootkarten. Links oder rechts? Links oder rechts? Links oder rechts? Warte Frage, sagst du denn hättest du Material? Obsidial? Obst du die Grundgestein? Der steht doch nicht auf der Schiene oben, Mann. Entschuldigung. Und wer habt ihr seine Hände? Schut, schut! Wichtig? Du musst doch gucken. Hey, was steht da? Doch, er ist mir nicht wieder leer. Ah, hier lang. Nicht pulgeln. Achso. Ja, sterben. Krat! Alles. Könnt euch jetzt auch alle zum neuen Spawn teleportieren. Das ist beim... Ja. Genau, einfach nur das Spawn. Damit ihr alle mal beisammen seid. Spawn hier. Spawn einfach. Welche Eigenschaften haben wir ausgesetzt, außer Creeper zu verjagen noch? Was ist das? Hättest du was? Hättestes Material. Die Jager und Töten Hühner. Sie töten Hühner. Eigentlich Grunstein, ne? Aber ob sie die eigentlich hat's abbauen. Das seltsame Material ist Grunstein. Können wir jetzt, was wir aufgeschrieben haben, eigentlich wieder wegmachen? Nein. Na also die Codes braucht ihr noch für das Ende. Alles andere könnt ihr wegmachen. Okay, dann... Blö! Wie jährlich jetzt. Blödes Ding. Wo geht's jetzt mal aus? Äh, äh, zwiesendes Wasser aufzurechen... Auf, eh, auf Lava. Warte, ey, was nach Lava. Ey, wer hat's denn... Warte! Yay! Wir sind wegschwellen! Ahh, hier steh ich schon mal! Yay, oh, oh... Was? Oh, ich hab keine Idee für ein Rätsel! Hehe! Oh! Nein! Vollgas! Los! Super schnell! Vollgas! Oh! Oh nein! Da war ein Schatz! Ich bin Sonic! Wozu alle bin ich? What the fuck? Warte, ich bin auch der Glieder! Oh, ich hatte! Hä? Wo ist die Schiene? Den wir will, oder? Hallo Steven! Hahaha! Durchsender gefahren! Was ist denn? Was ist denn? Wir brechen aus! Schweine! Welche englische Schienen hier? Ah! Oh! Baum! Baum! Ähm! Nein! Ein Himmelsbaum! Was ist denn? Was hat sie denn jetzt noch? War meine Idee! Oh, ich hab nen Cookie! Ich sag Chicken! Warte, für den nächsten ist auch noch nen Cookie! Ey! Wenn ihr da früh steht! Im Tod dem Hühnchen! Geckse euch! Wir haben! Nein! Oh! Ah! 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 Ihr seid... Ihr seid... Ihr seid... Wo denn? Wo denn? Sam? Ähm! Hier! Alter! Äh! 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 Fließendes Wasser trifft auf stehende Lava! Ja! Das Linke! Oh kacke! Ich bin runtergefallen! Ich fliegt mal nach oben! Du kannst fliegen! Ja! Schöne... Äh! 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 Aber lass mich bitte erst nach oben fliegen! Nein! Nein! Ich fliege nicht raus! Äh! Nein! Ich fliege nicht raus! Lass dich! Zeig aus! Zeig aus! Ocean Flash! Ja! Was kann ich für euch tun? Ja! Äh! Ja! Was war das denn? Ich steig fest! Ja ne! Ich bin auch gestorben! Ja ne! Was ist denn hier? Ihr müsst schon... An dieser Wolken Zwischenstation... Ihr müsst dann... Quasi an der... Äh! Erst am Ende aussteigen! Sonst fällt ihr aus der Wolke! Steven! Kannst du nicht aussteigen! Was muss die denn nicht aussteigen? Ja da ist denn ein Singpart! Doch doch! Jetzt bin ich gestorben und hab meine Items nicht mehr! Meine ganzen... Ja meine... Super! Echt Steven? Hier fällt man nicht runter! Ähm... Eigentlich hat man es so gebaut, dass man nicht runterfällt! Oh Gott! Ja aber wenn du aus dem Minecraft... Ja du steckst aus dem Minecraft aus... Kann ich jetzt mal wieder zurück zu dem Punkten, den ich war? Du bist mir jetzt gerade persönlich! Ja ich teleportier dich! Oh hoi! Okay jetzt fällt man! Äh... Kann mich aufsteigen? Mich auch bitte! Steven mich auch! Was zeig ich dir jetzt? Nein der Fall! Oh Leute was macht ihr denn? Irgend so ein Genius hat sich hingestellt und mich mit dem Minecraft... Äh... Steven kann ich neues Buch haben? Jo! Das ist ein Hühnchen! Das ist ein Hühnchen! Ich wollte sagen die anderen haben sich... Wegen den Codes... Die haben sich ja alle aufgeschrieben... Deswegen ist es scheiße dass die jetzt so weg sind... Aber dass ihr euch dann zumindest die Restlichen dann nochmal aufschreibt... Äh Steven? Ja? Irgendjemand hat sich hier bewegt... Wer ist die? Was ist das? Was ist das? Lass die nicht stehen bleiben! Nein! Da steht ein Ding auf der Schiene! Helge warum bist du so langsam? Helge warum bist du so langsam? Warte ich komm schon! Ich komm schon! Jetzt stehe ich hier irgendwo! Warum seid ihr so langsam? Der hat mich geblockt! LOL! Wer fällt da schon wieder runter? Nääääääää... Wir sollten so mal richtig bauen. LOL! Wir hatten es für alle getestet... Okay dann seid ihr auf die Kante gefallen! Nein! Wetter! Normalerweise geht's in der Städte ich bin beide gescheuert Normalerweise sollte es aber eigentlich gehen wenn ihr mit mir mit mir sprecht ich höre euch schlecht Ich hab den Sporn Ich hab den Sporn umgesetzt Können wir mal den Block hier abbauen? Die stecken hier auf den Schienen fest Warte, ich geb den Blödsinn Irgendjemand da unten hat mein Buch aufgestanden Hat irgendjemand mein Buch? Ja, ich glaub schon, komm mal her, wo bist du? Ja, ich hab auch mein Buch Wo sind wir hier? Was machen wir hier? Ich hab hier ne Buch Also es ist nicht mein Buch Auf jeden mal hab ich hier eins Ich hab drei Bücher und ich hab nicht mal mitgemacht Also es ist vielleicht das halt so Mein Buch ist das, wo drin steht Tag 209 Alles in den Block Ich hab hier ein Buch Ich bin hier ein bisschen eingesperrt Kann auch das lesen hier Wessi, gibst du mir mal ein paar Wer tp'd werden will Einfach mal in den Chat schreiben Weil ich kann euch das nicht raushören Moment, nicht bewegen bitte Ja, weil hier ein Rätsel ist Leute, ich tu hier mal ne Kiste hin Gut bitte in die Kiste einfach mal eure Bücher rein Die verbrennen sie uns Fällt mir mal grad so auf Und die Bücher bekommt ihr später wieder alle Ich weiß nicht wem das Buch gehört Schreibt mal eure Namen am besten in die Bücher rein Ich weiß ganz genau von wem die kamen Meistens spät er euch wieder zu Genau, deswegen schreibt mal in die Bücher eure Namen rein Dass man sie euch dann zuteilen wir können Dann haben wir uns nämlich grad ganz vergessen, dass die verbrennen Ich mach das hier aus Spaß nicht Wir haben mal ein Buch gefunden Also ich hab ein Buch Ich hab hier so kein Inventar mehr also Dennis du musst mich Hey, das war meins Nein Ja Steven Ist das grad jemand gestorben? Ich hab ein Golden Apple Ja, warte Seht ihr meinen Namen, dann hüpft ihr her Ich hab ein Golden Apple Ich hab's noch nicht Ich hab ein Buch nicht mehr Hier ist ein Buch mit ähm von Ich hab das ganze Stück von Brogamer Nein, falsche Richtung! Hier sind noch Bücher drin, ne? Kannst du mir's mal gehen wieder Ah, hier mach ich nicht gehen Oh Bücher von irgendjemand ist drin Aua, nicht schlagen Nicht Creative Mode Mach du den normaler Game Mode Nein! Dankeschön Dankeschön Aber ich glaub, ich bin durchgekommen Aber nein Ah, link, link, link Das zweite ist links Das zweite ist links Link ist das zweite Ne, das zweite ist geradeaus Ne, das zweite ist links Link ist richtig Aber geradeaus ist auch richtig Es gibt ja viele richtige Lösungen Geradeaus die Goldäpfel Wenn die jetzt packt Ja, ich find's, ich find's schön wie Hier jetzt zwölf Goldäpfel schon wieder nicht mehr drüber drücken Dann schaffen wir's nicht Also wir haben's getestet, man kommt durch Äh, die Goldäpfel sind natürlich rar zugeteilt Ja, Ressi, du bist hier falsch Also, ich brauche nochmal Warum schlüpfen Bist du lebendig hier durchgekommen mit normalen Game Mode? Seh ich so aus Genau, komm, geh mal wieder zurück Die Richtung ist immer falsch Kann ich einfach mein Buch behalten und warten bis alle anderen fertig sind? Kannst du auch machen Auf jeden Fall Ich hab kein Bock jetzt schnell nicht zu sterben Na, äh, das Rätsel am Anfang, dieser Text, der sagt euch genau, wo ihr lang zu gehen habt Nein, Mann, oh Sooo Hä, dieser Jetzt Ja, denkt einfach mal nach Wir haben's in den Himmelsrichtungen, falls das jemand in den Kopf fallen ist Ey, nicht in den Weg fallen Geh mal rechts Geh mal rechts Was? Wie musstest du das jetzt sagen? Jetzt schließen sie mir alle den Weg Tja Okay Okay, gut Okay Ich öffne ein Lock auch ohne Äpfel Naja, wir haben sie vor sich selber reingetan Damit ihr euch einfach aufheilen könnt Seht aber nicht vor dem Weg Wie arsch die mir das? Nehmt euch immer einen Apfel, wenn ihr verreckt Ja Äh, nutze Info und hier ist ein Schreibfehler Wo denn? Ist doch egal Sie sind egal Sie sind egal Sie haben was nicht verschrieben Äh, die sind nicht Hopp, toll, hier liegt Zeug Wo hast du nicht verschrieben? Oh Schafel, Schafel, Schafel wurde mal Dappel R geschrieben Oh, Steven Ach man, hört doch auch an in eine Richtung zu Oh ne, jetzt sind wir wieder am Anfang oder was? Weswegen, ihr müsst das Rätsel am Anfang geziffern, dann ist es ganz einfach Ja, das sind die einzelnen Himmelsrichtungen Ich weiß Und hier aus, nach Norden, dann nach... Ne, nach Osten, nach Norden, nach Norden, nach Osten Und so weiter und so fort Voll Falsch, 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 ich geh raus doch Pfff Pfff Oh, als muss ich mein Minecraft hier auch noch kleiner machen Ich mein, ah, die Anfangsbuchstaben Ach so... Ach so... Die wir jetzt weiß ja, was wir noch machen wollten Was denn? Le... Leute, wo, wo ich hier bin? Ähm... Wir wollten das ja oben umbauen, dass wir von oben zugucken können, ne? War da nicht was? Achso, scheiße, ja. Da war doch was! Haben wir vergessen, ne? Wo ging's lang? Ja, geschafft! Obwohl... Warte, das mach ich mal schnell. Ach Gott, W... S... Leute, wo ging's jetzt lang? Ich glaube, links hier. E, links auch. Geradeaus. Ob man immer die goldenen Äpfel da erfüllt, ist ja schrecklich. Was für Info? Ich bin hier am weitesten. Norden... Norden... Kann da jemand erzählen? Wie ist die überhaupt überhaupt abläuft? Hier steht ja gar nichts. Die Anfangsbuchstaben der Sätze sind die Himmelsrichtungen. Norden... Geradeaus hier. Alter, das ist jetzt Hammer gelogen, ey. Das stimmt ja gar nicht. So, das stimmt durch, oder was? Osten... So. Oh, Schicksal. Ja. Ja. Man kann mit Slash-Pack übrigens arbeiten, wenn's noch mal bevorderlich darf, aber wenn man dann leider verstorben muss. Wow, jetzt hab ich alle meine Sachen wieder vor und ich find's mega geil, ey. Okay. Das Endgame hat's schon wieder. Okay. Na, weil er das jetzt auch richtig gelöst hat, deswegen hat er es einfach. Er ist schon durch? Nein, nein, er hat den richtigen Weg. Wie viele kommen denn noch? Oh, ich hab glaube ich jetzt auch den richtigen Weg. Dann! Alter, was? Hab keine, was? No, is's, Alter? Was ist denn? Osten... Er ist wegen einfach Lust, die Folgen. Der hat's. Okay. Ähhh... ...hab ich? Ich bin mir nicht sicher, ob ich es reißt. Das hab ich. Wo sehe ich denn bei F3, welche Himmelsrichtung nicht angucken? Einfach bei F3, das ist die dritte Zeile von unten, mit South, Ost, West, Nord. Ach da, oh, oh, ja, das hab ich eben gemacht, ich bin vorhin in Lava geraten stehen. Dann hast du dich wahrscheinlich irgendwo verguckt, kann passieren. Ey, wieso, das fängt ja mal an mit O zu lotten, O bedeutet für mich Osten. Richtig. Ich bin da Osten reingesprungen und was war, Tode. Du musst richtig durchspringen, rennen, dann musst du schaffst es nicht. Ja, mach ich. Immer Wasser danach, um euch abzufedern. Ja. Wo war ich denn jetzt? So, was war ich denn jetzt? Hier steht jetzt, nee, ich rechtfertige mich jetzt, was war ich denn jetzt? So, Osten, Lord, O, ich spring jetzt hier rein, also. Das ist jetzt Osten, 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 Osten. Ich bin vorhin. Äh, 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 was hast du, Dennis, was hast du gemacht? Sorry. Toll. Ich brenne, ah! Was war denn das jetzt? Los, komm ins Wasser. Wurde einfach zurückgebracht. Wah, hier ist selber Lava. Warte, 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 ich kümmer mich schon rum. Bestene Idee, Wasser. Dennis, was soll denn das? Aua, aua, ich auf. Ja, ich hab nicht gar verzeptet. Ich lass es lieber mal. Ich bete, das war die Idee von einem heißen Typen. Ahaha, scheiße, Ui. Leuche noch neue Aufnahmen. Leuche noch. Nein, nein. So, okay. Will ich mal jemanden löschen? Warte, 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 das haben wir gleich. Oh ja, ich hab das geschrieben Mann, das hat man dann R R geschrieben Hey, wir hatten gerade das letzte Re-Op-Nom Wollt, ich will gucken ob's meins war Was? Äh... Ja... Ist einfach nur... nur ein Buh... Wo drinnen steht P Ich find's geil Sonst, sind wir jetzt zweimal Westdinger oder nur einmal? Norden ist es jetzt Osten Nyaaum Äh, wie geht's jetzt? Da lang geht's Dann geht's eben nicht Oh, ich werd hier noch irre Dennis, komm zurück Okay, da Ah, das ist billiger Ja, nächstes Mal mal gucken wann nächstes Mal ist er Was soll ich jetzt sehen? Ich bin einfach direkt verloren Äh, Steven? Äh... Da fehlt ein Schild Das... Da fehlt ein Schild Warte, ich komm... Und da müsst ihr hier das letzte sein Yes! Spiel! Senkt euch alle Was ist dir jetzt gefallen? Ich hab mein Buch Das heißt, dann machen wir einfach mal für... äh... Machen wir hier den Spawn, Dennis Ja... Hallo Was ist mein Buch? Ich will mein Buch wiederhaben Gibt's mein Buch? Ja... Warte, das wird's kurz Dennis dir geben Hm, Steven... Ich hab mein Buch auch fertig Also ich hab... die Bücher Hier fehlt ein Schild Ja, vor allem... die Bücher Mein Buch ist mir egal Wie holst du die Bücher? Nicht mein Buch, aber okay Oder warte, ich hol sie Ich hol sie Mein Buch ist verbrannt Kann mir mir irgendwer gerne Äpfel bringen? Mein Buch ist verbrannt Los, ab durch die Hecke Warte jetzt mal hier bis ich mein Buch krieg Ja, aber wie soll das funktionieren Wenn wir die Bücher nicht mehr haben Nur die Quotes vom Anfang drinnen stehen, Steven Äh... Warum bin ich da gestorben? Dennis hat doch die Dings... Wo hast denn du die Bücher hingemacht? Ja, die sind noch in der Giste Ich hol sie gleich Achso Ja, aber meins ist ja nicht mehr da